Jetzt ist er weg. Achso. Das ist vergessen. Das ist die Auswahlgüse. Mit Verständnis sprechen, sich mit Präsenz unterhalten, speichern, die Sammlung ansehen, dich etwas bewegen und vielleicht X oder RB durch. Wenn du nicht mehr rollen willst, häng doch hier ab. Den königlichen Regenbogen sehen. Hallo, Hoheit. Ich liebe dich. Einfach. Gerät, die Nase, das Kinn. Der Stiel, die Krone. Das liebe ich alles. Aber am allermeisten liebe ich den königlichen Regenbogen. Regenbogen. Mein Traum ist, mal einen Echten zu sehen. Bitte zeigt mir einen. Bitte zeigt mir einen. Ich lasse die Hose tupfen. Ähm. Wir sind hungrig. Unser Bauch ist leer. Was sollen wir essen? Ich bin klargenommen. Oh, es ist ein... Oh, es ist Prinz. Hm. Was? Welches essen? Hm. Königliche Regenbogen. Woher hin, wenn unser Bauch so leer ist? Ih. Keine Chance. Langweil lebt. Oh, Hattel ist ja so interessant. Imposant. Oh. Wir mögen Regenbogen. So sehr. Das musst du einfach sehen. Wollen wir weitermachen? Und auf einen Patavari rollen. Ja. Ja, da liegen wir los. Vorgang. Äh. Wir haben Hunger. Oh, lass uns hier rollen. Das ist ein Haus auf der Erde. Unglaublich winzig. reichlich Platz für Prinz. Aber nicht so richtig für uns. Oh, wir haben den Katamari ganz vergessen. hast du es in dieser Zeit. Oh nein, es ist tatsächlich passiert. Wie wer denn ignoriert? Können wir irgendwas glauben? Nein, nein, dann alle erstes zusammenrollen. Heute ist der Tag, 8.6. der Geburtstag deines 8.6. Nein, erstes zusammenrollen. Wir waren alle am neunten wählen. Ich würde sagen, geht hin, aber wir haben jetzt schon nach der neunten. Die müssen alle wählen gewesen sein. Äh, Katamari räumen. So in der Art sah das geil. Only Kalender berollt aus, wo ich die Spielprinzip hingelernt habe. Und ich fand das so geil, deswegen habe ich das geziel geholt. Und gesehen habe, das macht dasselbe und freuen jetzt alles auf, was da ist. Das ist leider nicht so richtig wie die Daut, aber... Irgendwie sind wir noch ein bisschen angeschränkt mit diesem... ... jetzt das zu steuern, aber... Oh, dann allererster... ... Zusammenstoß. Okidoki, erledigt. Unser Bauch ist leer. Können wir nach Hause gehen und was essen? Nochmal... ... was du willst. Okay. ... ... ... Das war's für heute. 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 Und... Oh, jetzt ist dein Planet, so wunderschön. Kapitel 1. Kapitel 1. Das war's für heute. 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 Zeit, diesen Katamari so groß zu machen. Kannst du euch Nein sagen, oder? Wäre cool, wenn du das schaffst. Na gut, Jens, du kannst loslegen. Neid, wenn du das schaffst. Na gut, Jens, du kannst dich mal anpassen. Weißen wird, wenn du das schaffst. Elkseme! Achtel. Achtel. Achtel! Achtel! Beste! . . . . . . . Das war's. die 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 wir die 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020